Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme, beziehungsweise mal wieder ein Versuch, eine Aufnahme von Let's Play Minecraft. Und als erstes blenden wir erstmal das hier aus und setzen die Playlist an Start. Ja, warum ein wieder maliger Versuch, denn es hat die letzten drei Male nicht sauber funktioniert, die Aufnahme. Ja, denn ich habe immer versucht aufzunehmen und die Aufnahme ist mir immer abgeschmiert. Ich war ein Slipen. Und das war auch ein Slipen. Spinne. Zwei Spinnen. Böse Viecher. Müssen wir hier noch ein bisschen ausleuchten. Äh, ja, mir ist dann immer die Aufnahme abgeschmiert, beziehungsweise auch einmal der ganze Computer. Und ja, deswegen ist es auch, da bist du schon wieder mein Slipen und mein Wolfgang abgeschmiert. Deswegen bin ich auch ein bisschen von den XP und so weiter. Ähm, ich der, äh, was wollte ich denn sagen? Ja, es ist andauernd abgeschmiert und es hat mich sowas von angekonstert, als ich mir gedacht habe. Machen wir jetzt mal nicht weiter. Weil bringt nichts. Und, ja, was wir halt auch gemacht haben, oder was ich halt gemacht habe, besser gesagt. Erstmal vollfressen, war hier unten die, den Minenschacht habe ich weitergemacht. Also der ist jetzt eigentlich schon komplett ausgebaut, ach die Kanu, gehen wir jetzt gerade auf den Sender. Hab den Minenschacht komplett ausgebaut und bin auch auf Rohstofffarming gegangen, aber dann ist mir auch schon wieder abgeschmiert, dann ging ich dann, screw you, nicht you, sondern screw you. Und dann war es halt auch so weit, dass ich gesagt habe, nee, danke, keine Lust mehr. Ah, wir haben ja hier noch 33, ich muss die Namen, 33 Leafs, halt hier, die, 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 einfach mal versuchen, rauszumachen. Och, Mensch, ich weiß ja schon gar nicht mehr, wie sie richtig heißen. Das sind rotseeros, genau, was ich ja eigentlich auch vorhatte und was ich jetzt eigentlich auch machen werde ist, nach dahinten reinzaden, ein bisschen, und mir da mal die Zeit unbegriffe, Ich muss hier eigentlich noch mal komplett umgraben und alles, dass uns da nichts mehr wächst. Das ist jetzt auch doof, da wollte ich hier auch einen neutralen Block. Setzen wir mal hier die Bolle hin, dass das nicht da wachsen kann. Das ist doch alles falsch. Darf ich hier später nochmal neu machen, aber wir setzen jetzt hier erstmal das gesamte Ding hin und legen das Ding mit Seerosenblättern aus. Ich hasse es, also mit dem Server ist es manchmal extrem nervig, weil dann bleibt da alles mal stehen und es... Ja, auf jeden Fall. So, was haben wir denn? Wir haben hier die Spitzack über das und das haben wir dann beiessen. Müsste ich mir eigentlich nochmal machen, aber das haben wir, glaube ich, auf dem Block 2 rumfahren noch. Müssen wir mal schauen. Aber machen wir uns erstmal ein Blötchen, dass wir nach da hinten fahren können. Und ja, ich habe hier auch schon ein bisschen angefangen einzuräumen. Also hier kommt Cobblestone komplett, da sind zwei Cobblestone, Holz und Erde. Ja, der Rest wird man dann sehen, wie ich das machen möchte. So, ein Boot. Ich brauche eigentlich noch ein paar Fackeln zu machen. Ja, das reißt es jetzt auch nicht raus. Doch, ok. Ich habe schon wieder eine SMS bekommen. Kleinen Moment. So. Da es jetzt gerade Nacht wird, werde ich mich mal ins Bett bewegen. Und dann schlafen vor Creeper etc. oder sonst irgendwas hier, um mich angreifen zu müssen. Hm, das Glas muss ich ja mal ersetzen. Das sollten wir auch irgendwann mal machen. Ich rüchte schon mal das Boot aus. Und spring rein und fahr nach da hinten. Komm schon, schneller, schneller. Ja, naja. Essen habe ich genug. 70 Brote, ja, sollten reichen. Wenn ich das Kamera wegschmeißen, die brauchen wir nicht. Aber wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen über das Meer, schauen uns die... ...schönen... Ähm, ja, warte. Wir müssen hier lang immer Richtung geradeaus. So. Hier sind nämlich neu generierte Chunks, wie man hier an diesem Schnitt schön sehen kann. Also hier hinten war ich ja noch nie. So. Wir machen, wenn wir gerade hier sind, machen wir uns mal eine Erweiterung von dem Ganzen hier. Dass wir hier rein fahren können. Und hier fangen dann auch schon wieder Chunkschnitte an. Das ist 1, 2, 5. Und da ist dann 1, 3, 1. So. Glaube ich das ungefähr. Und da ist dann ein weiterer. Dass es dann 1, 3, 1 ist... Ah, Warte. Alter! Da ist ne. Krass. Okay. Äh. Krass. Äh. Krass. Ja. Nein, 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 nein. Nicht. Ich werde auf jeden Fall nicht runterspringen, das wäre ja Mord des Selbsten hier. So. Ja, ich bin schon wieder eine Nachricht gekommen, ich bin heute extrem geliebt. Ja, und das wird auch eine der letzten Aufnahmen sein von Minecraft und ihr denkt euch vielleicht What? Nein, natürlich nicht die letzte Aufnahme von Minecraft, sondern von der Staffel, denn wir haben 199 Folgen dann geschafft, wenn ich hier durch bin. Und dann fängt natürlich die neue Staffel an, sprich Folge 200 bis 399, ich hoffe es werden auch wieder 199 Folgen, die so lustig werden wie die jetzigen oder so spaßig, je nachdem wie ihr es meint. Au, Mann. So. Wir sollten uns mal kurz ein, zwei Küchen schlachten. Das wir auch hier ein bisschen Mampfi haben, falls wir über Nacht bleiben. Was wir wahrscheinlich eh machen werden. ein bisschen leiser drehen. Ja, weiter geht's. Ja. Jo. Jo. Fünf. Joes Fleisch. Wunderbar. Und noch ein bisschen Leder, auch wenn wir dieses Leder natürlich nicht brauchen werden, für Bücher etc. Da wir ja... halt auf die... Skelett! Oh. Wo guckt denn das Hau zu? Das ist doch nicht Nählich. Äh. Den Sampling nehmen wir mit. Oh. Ah. Was ist denn passiert? Ja. Dann hauen wir dich auch gleich. So. Und man sieht auch, dass es ein neues Ding ist, dass die Bäume, die Äste hier haben. Ah. Und... Ja. Das wollte ich ja eh mal machen. Wirklich in neues... Also in ganz neues Territorium vordringen. Weil sonst da hinten waren wir ja schon von eigentlich relativ weit. Und hier waren wir halt noch nie. Und vielleicht findet man ja... Wasser. Ah. Da gehen wir jetzt grad. Ah. Vielleicht findet man ja hier irgendwas interessantes. Und hier die Dinger hier nehmen wir mit. Die... Ich hab schon klar... Den Namen vergessen. Die Serosblätter. Damit wir hier ein bisschen auch wieder einsammeln können. Und das dann auch später hinlegen auf die Felder. Ja. Ja. Ich glaube ja. So. Dann holen wir das hier mal. So. So neben acht. So. Ein paar brauchen wir auf jeden Fall noch. Dafür tauchen wir runter. Ich muss erst mal was essen. Sonst verhungern wir noch auf den Weg. Ein bisschen nasses Brot. Ein bisschen nasses Brot. So. Oh. Und ich seh grad mein Akku vom Handy. Ist das leer? Sollte ich mal wieder auffüllen. Sobald ich dran denke. Ich könnte es auch jetzt machen. Aber nachher schmiert mir noch was ab. Und es wäre natürlich... Gacke. 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 Hier gibt es auch wieder Clay wie Sau. Wir eigentlich grad nicht so wirklich brauchen. Aber es ist gut, dass wir wissen, dass es hier ist. Dann wissen wir, dass es hier ist. Falls man mal einen brauchen soll. So.